Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute machen wir mal ein paar Nebenmissionen und andere Aufträge oder auch Überfälle und so weiter. Von daher würde ich sagen, laufe ich da einfach gleich mal hin. Da haben wir das letzte Mal hier aufgeräumt, hier unten. Ich habe jetzt da einen Überfall im Gange ausgewählt und dann noch eine Nebenmission. Mal schauen, was da passieren wird. Maelstrom. Obwohl man hier natürlich wieder, ja, ne ich lasse es sein. Ich gehe jetzt erstmal hier zu diesem Überfall im Gange. Okay. Da ich die eine Server eingebaut habe, habe ich nicht mehr genügend Speichelpunkte. Was ein bisschen doof ist, für eine Zurückverfolgung oder beziehungsweise Ping. Für den Ping zu machen, aber ja. Ich schmeisse da mal eine Granate rein. Und lasse eine Person überhitzen. Und vielleicht war es das sogar schon. Das sieht zumindest hier fast so aus. Fast ein bisschen so aus. Die eigene Cyberware muss ich auf jeden Fall wieder ausbauen. Also ich brauche da mehr Speichelpunkte als drei Stück. Das geht gar nicht. Wenn man mich fragt. Keine Ahnung, wo alle die Waffen hin sind. Die die hier getroppt haben. Sind wahrscheinlich überall hingeflogen. Naja. Geil, hier gibt es ja auch einen Save. Das haben wir zumindest souverän gelöst. Oh ne. Ich trage schon wieder zu viel. Kleiderschrank. Du kannst dein Aussehen verändern, indem du ein gespeichertes Outfit aktivierst. Dafür musst du zuerst ein Outfit im Kleiderschrank eines deiner Apartments erstellen. In deinem Inventar kannst du das gespeicherte Outfit dann aktivieren. Wodurch das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung durch eine holographische Projektion verändern. Die Werte der ausgerüsteten Kleidung sind davon unabhängig. Okay. Ja gut, dann muss ich halt ein paar Dinge. Okay. Hackenschuhe passen gar nicht zu Wien. Zumindest jetzt zu meiner Wien nicht, finde ich. Long-Sleeve. Ne Sonnenbrille war ja, why not. Wait, gepanzte lange Weste. Aber die machen ja gar nichts mehr, die Kleidungsstücke. Sind ja ziemlich egal, was man hier eigentlich mittlerweile trägt. Äh, 247. Das heisst dann wohl, da muss ich ein bisschen, äh, ein paar Waffen zerlegen. Beispiel diese Smart-Waffen, die mir ja im Moment absolut gar nichts bringen. So, das sollte erstmal wieder reichen. Wieso auch immer ich hier zwei, äh, Schrottlicken ausgewählt habe. Weird. Egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genügend, äh, Platz. Okay, Leiter hier, finde ich. Mysteriös. Bringt die uns da zum Überfall, möglicherweise? Jetzt so aus. Oh, shit. Da bin ich jetzt ja mega in, äh, im Dings reingeraten. Ich liebe die Schrotz-Blinden. Oh, shit. Das war senkvoll. Ist das der Scharfschütze? Passive-Schein. 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 Die Waffe schießt eben wohin, aber nur nicht da, wo ich bin. Wo ich bin. You know what my favorite game is? Hide and kill. Komm schon, steht. Okay, da drüben sind da auch noch Leute. Das ist doof. Die Waffe muss ich kurz austauschen. Das geht gar nicht. Äh, Maschinenpistole, Sturmgewehr. Sollte, schätze ich, mal besser sein. Die doppelläufige ist ziemlich nice. Hat allerdings bloß zwei... xZ Das ist ein Beste, das ist ein Beste. okay ich muss viel mehr auf viel mehr auf hecken gehen die scheiß smartwaffe die tante ich kriege einen Roboter der mich absolut keinen Schaden macht es ist viel zu weit weg kurz um das Schauschützengewehre auspacken sonst noch jemand der sieht erstmal safe aus alter da bin ich voll ins ratennest hineingestoßen was mich ein bisschen überrascht hat alter ich level hier gerade alles mal kurz schauen was ausschalten nachrichten von wenigen an oli was zur Hölle schickst du mir rattengift bleiche drei meiner klienten sind in der Notaufnahme ein vierter ist schon abgekratzt mir läuft die Kundschaft davon ich dachte ich kann dir vertrauen unseren deal kannst du vergessen ich will nie wieder von dir hören brauchst du Schutz Animals was auch immer die hier gemacht haben ich kann dich noch ein paar Sachen hier in die Luft jagen los um ein bisschen Erfahrungsschränke zu kriegen diese Roboter sind auch ziemlich stark da muss man schon ein bisschen aufpassen sonst wird man da gerne mal überrascht ich scanne übrigens immer wieder damit mir die verschiedenen Dinge angezeigt werden die ich hier einsammeln kann falls da was sein sollte aber wer seine Waffe verloren hat weiss wahrscheinlich auch niemand oder vielleicht habe ich die schon eingesammelt kann auch sein wusste ich es doch dass hier oben irgendwas ist nice drüben ist auch was spannend was ist denn das für ein Motorrad da liegt auch noch was andere Wunder der halbe Körper liegt hier nur noch rum ok ok irgendein special item war das gerade irgendwas mit Psalm oh habe ich auch das denn mein Auto gerufen scheint nur so zu sein ja ok aha ich glaube ich bin gleich wieder voll da scheiße ich kenne keinen anderen weil ich hier gibt es nichts hier gibt es nichts hier gibt es nichts ist auch nix scheint auch nirgendwo mehr was zu sein da rein kann man wahrscheinlich nicht vielleicht von der anderen Seite ok ne das ist bloß ein Bug ja hier oben war ja noch was ach ne das war das andere ich bin jetzt zu weit aber da in diesem Container vielleicht noch ne hier oben immer schön alle umbringen damit das äh noch nix mehr XP gibt Euro-Dollar real quick Hack-Schemata extrahieren nice gut ich würde mal kurz noch mein Inventar schauen irgendwie haben wir da was besonderes eingesammelt was Psalm hieß die Tech-Waffen sollten ja eigentlich gehen ne da sollte man keine spezielles Teil gebrauchen war das irgendwie ein Special Item ok das ist ein Flathead Minitec-Datenspit Braindance vielleicht was bei der Itemherstellung ja gut ich weiss auch gerade nicht was das war und mir fällt gerade auf da sieht man noch die ganze Zeit was so die FPS nämlich die von Nvidia angeschaltet waren weil ich da vorhin paar Mods getestet habe und eigentlich läuft das Ganze ganz stabil ab und zu kleine Frame Drops oder Spikes besser gesagt aber ansonsten ist alles gut ähm weil ich da nämlich zwei Mods installiert habe die eigentlich die Texturen in 4k oder 2k oder allgemein einfach in HD darstellen sollen damit das Ganze noch ein bisschen besser aussieht und ich habe übrigens in der Zwischenzeit herausgefunden es gibt einen Burnout Modus kann man irgendwie Breakboost machen und sonstige Sachen irgendwie schneller von äh also Rückwärts Schalten ich will kurz mal hier reingehen in den Laden das sieht ganz falsch aus hier okay ziemlich unmotivierte Verkäufin ähm Item Vorschau das ist auch neu finde ich cool die Hose würde zum Beispiel schon nice aussehen finde ich 2000 Alter wie teuer sind die Sachen denn bitte 3000 für eine Jacke okay ich glaube wir kommen später nochmal aber den Junk kann ich kurz verkaufen äh danke für nix ist viel zu toll dein Laden hier okay die ist bloß nicht der Käuferin das sieht man aus wie ein Taxi dann ähm würde ich jetzt mal dieser Linie folgen zum Auftrag wenigstens dürfen wir über Rot fahren ohne dass die Polizei was sagt aber das ist nicht zu gerne gesehen naja egal wir sind ja gleich da egal wir sind ja gleich da ich drück immer die Flasche Tast Na gut Ich würde sagen Mit dieser Aussicht hier Oder dieser Aussicht Ist ja egal, einfach mit irgendeiner Aussicht Verabschiede ich mich für diese Folge Von Cyberpunk 2077 Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein und bis dahin Tschüss Main issues Sky-high rate of violence And more people living below the poverty line Than anywhere else Sky-high rate of violence Sky-high rate of violence Sky-high rate of violence Sky-high rate of violence Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017